hallo und herzlich willkommen zur sechzehnten folge unseres let's play the planet crafter habe ich jetzt hier schon alles an material zusammen es fällt noch ein aluminium ok das eis kann ich rauspacken und jetzt aluminium auf der seite gut so die beiden nehme ich alles andere packe ich jetzt erstmal weg stellen wir nochmal eben einmal wasser her das kann damit rein es war voll magnesium so zweimal wasser ein uranstab den lasse ich da drin ich brauche zwei neue jetzt haben wir noch der uran star wieso drückt so gucken wir mal wo wir den hier bauen können und guck mal der kann hier an die seite hin das geht da kann aber nicht drauf der bringt nämlich ganz gut 579 genau so wie sieht es aus 67 haben wir jetzt verfügbar das ist schön ok das heißt als nächstes sollte als ich gesagt wollte ich bauen der rucksack und der sauerstoff dank also wir brauchen sechs mal das jetpack wäre vielleicht auch nicht schlecht 6 x 8 super legierung so super legierung wo kriegen wir die her wie sieht das aus hier oben also mittlerweile die höhle durchlässig aus mir hier vielleicht zum glück haben dass wir hier so ein bisschen auch super legierung kriegen das ist alles aus mir schwefe 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 ok hier kommt man noch nicht durch das ist natürlich schön wenn wir das hier haben auch wenn wir das im augenblick noch nicht brauchen aber wie heißt es so schön besser haben als brauchen es regnet hier irgendwelche höhen wo rein können durch können weil solche seltenen sachen die sind ja meistens irgendwelchen höhen versteckt das sieht nicht so aus gut also erstmal kurz nach hause also so sauerstoff auftanken umso weniger kobold verbreiten wir jetzt ja ja ich weiß deswegen glaube ich er nach hause leider gut so rasmierung immerhin 8 sollten wir mal hier wieder ernten damit ja damit wir wirklich expedition vernünftig machen können brauchen wir diese dings hier war schon super legierung dafür wiederum brauchen wir aluminium ich weiß dass es hier überall höhlen geben soll also werden wir mal so ein bisschen suchen jetzt alles liegen hier damit ich genug platz im inventar habe ok 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 das sieht aus als wenn hier ne das ist nur Licht da hinten ist auf jeden fall auch so so ein ding was wir da gebaut haben ja hier ist schon was ich meine so ein raum genau das wollte ich sagen moran und so weiter und so fort ja alle Sachen die man brauchen könnte ich will jetzt mal hier hinter dem raumschiff gucken ich will jetzt mal hier hinter dem raumschiff gucken und da ist doch ein durchgang was brauchen wir für so ein silizium titan eisen silizium zweimal titan dreimal eisen und da durch und dann wollen wir dahinter nämlich auch wieder so ein ding auch wieder so ein ding und dann sehen wir das hier irgendwo der ausgang ist so haben wir hier irgendwo noch ein bisschen eisen dann können wir noch eine kiste bauen und auf geht's sammeln und auf geht's sammeln eisen aluminium magnesium aluminium kobold titan magnesium silizium noch mal silizium nochmal silizium schwefe 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 also nehmen wir das auch mit schwefe eisen und nochmal zurück das biolabor sehr schön hier gibt es scheinbar reichlich schwefel und hallo hier 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 Eif, Eif, Eif. Was ist das denn, ihr schönes? Auch Schwefel. Osmium. Schwefel. Schwefel. Hier geht es nicht durch, hier oder nicht? Ist das vielleicht der Durchgang zu unserer Basis? Ja, ich weiß. Nein, reicht nicht. Jetzt können wir gleich erstmal weiter sammeln. In erster Linie Aluminium. Eine Kiste. Och, guck mal, da ist eine super Legierung. Und das nehmen wir auch mit. Und dann erstmal zurück. Und da hinten hin. Und dann müssen wir mal sortieren, was wir mitnehmen und dann geht's ab nach Hause. So, wir nehmen auf jeden Fall, einmal sortieren. Das mit, das, das. Aluminium. Titan raus, Kobalt raus. Aluminium mit. So, da hätten wir es ja dann schon fast voll. Was haben wir hier noch? Da haben wir kein Aluminium. Alles klar, dann war das so. Auf geht's. Ne, das ist aber nicht der Durchgang zu unserer Basis. Weil das war der Durchgang hier links dann da durch irgendwo. Und vom Vedern. Also nach. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf jeden Fall brauchen wir einen größeren Rucksack und wir brauchen mehr Sauerstoff, dass das gewährleistet ist, dass wir mal auf Heide zurückkommen. So, ist hier irgendwas wichtiger als das, was wir haben? Ja, einmal Schwefel lassen wir hier, nehmen dafür einmal Uran mit. Falls wir nochmal einen Reaktor bauen wollen. So machen wir das. Ja, noch irgendwas? Nö, alles gut. Da lang, glaube ich. Ja. 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 hier ist das müssen wir jetzt hier irgendwo genau ich bin auch Hörn und RIDAR Ab nach Hause. So, wir haben es nach Hause geschafft und damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da in einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss. Untertitelung. BR 2018